schädel das leiden grell stark das ist ein pass es gab zu beurte wir werden schon den weg finden ich hab nur keine idee will da unten da kann ich auch nicht rein ok ja hallo richtig richtig ja 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 so als man das ist auch in der kunst des taschendiebsters bewandert sie die wachen genauer an manche von ihnen tragen gegenstände an ihm gürtel die vielleicht gut gebrauchen kannst vorgehen nur flächen drücke die integrieren dass er sobald sie für fest gegenstand zu stiehlen so lange daher ich habe seinen namen leider vergessen hat uns infos zu seinem versteck verraten ich muss hier mal hoch wieso auch eigentlich hier durch die kanalisation so müssen beat it old man oh watch out sticks after what i did for you you better keep your tongue behind your teeth what what did you do for me i gave you the plans that will take you to the relics of the atrium that cost me this fucking amber scar on my face size one shouldn't go too far the relics of the atrium you kidding me sticks yes the relics the last objects of the great fallen lords yeah of course it rings a bell yeah good luck i paid enough for this shit your schemes i should keep my eyes peeled these relics must be pretty valuable artefakte erfreundet eine sammler leidenschaft die dem du verborgen alle fakte findest und in ein versteck bringst pro mission seiner fakten der spiel verborgen im menü befindet sich ein reiter der die hinweise zu sein verbleib gibt sobald das gefunden haben und ins versteck gebracht das kannst du es die dort anziehen wir haben hier eine karte also wir haben jetzt hier schon was übersprungen aber hey ist nicht zu tragisch einfach das natürlich hier das wissen wir schon das teil sollte eigentlich hier muss sein wir sind keine ahnung ich habe wirklich keine ahnung wo wir sind wir sind glaube ich hier sein dass wir hier sind ich dachte der ist eigentlich böse zu uns aber anscheinend also er ist böse aber nicht so böse dass uns angreifen zumindest mal ein vorteil hier ist echt jetzt da hier ist echt jetzt da ich glaube dass er doch hier sind folie geht hat es nicht gehört nehmen nehmen wofür ist er bewusst benutze wofür ist und die gegner aus der distanz zu tüten das messer drücke dann die gegenstand benutzt hast er muss auf das anwesende ziel zu werfen du kannst das ziel wechseln eben du denkst du bist mit dem worfen dann kannst du übrigens auch kronenleuchte aus distanz herunter verlassen ach du scheiße ist verknall ich kann hier natürlich nicht mehr hoch ich will jetzt nicht töten dass sie nicht sein die frage ist ich habe keine ahnung wo ich hin muss ich habe die karte aber da sehe ich eigentlich überhaupt nicht wo ich bin was natürlich das ganze etwas schwieriger macht also es ist natürlich wie eine richtige karte man weiß ja nie wo man wirklich ist man muss sich selber ein bisschen zurecht finden aber ich habe trotzdem keine ahnung wo ich bin was was doch die scheiße oh sie jesus jahre das zum treffel kletterte die reihe aus das wieso ja jetzt darf ich jetzt die reihe und macht ihr fachl an ich bin ich nicht hat toll der wieder ich weiß ich muss jetzt wahrscheinlich so oben lang will ich ihn nicht auch einfach die facke aus einfach hier angeht ist natürlich auch nicht so einfach auch noch verflucht so leist töten das können wir schon das gibt es ja in vielen spieler ich dass man die gegner von eis töten kann die leiche tragen mit der linken maus also finde ich ganz cool eigentlich nicht rein aber können ihn mal hier hinlegen ich glaube ich weiß jetzt wo ich bin ja ich bin hier circa hier ist keine ahnung irgendwas ich sollte das faktisch die genau das ist hier alles was wir sind jetzt hier mal vorne nach rechts ich das schaffe irgendwie speicher sinnvollerweise mal so sich jetzt zeigt aber ich bin er flucht wieder gestorben ja ich glaube ich weiß nicht die aufnahme fünf mal sechs mal keine ahnung sowas das ist ja nicht so hoch denke ich mir es wichtig ist das tötet nur gegner das möchte ich und weg ist die facke und auch hier einmal weniger da 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 kann ich wo also da kann ich dann überleben wo zu machen da da super ich bin ich ja gut aufgehoben ach du scheiße da das war so ein ein 8 Mino es gibt es nicht so schön und fähig ist es abzüglich ist ist es soll ich es was würde ich wissen ja komplett die künftige klettern jetzt aber nicht viel doch klettern kann es so wahnsinn ist ganz cool eigentlich heute gibt es die münze aber ganz ehrlich hier ist niemand brechstein für die konsultation ist hier unten wir müssten jetzt eigentlich keine an ich dir was das sie kann ein will schütze interessiert sich auch nicht für uns wissen diese bescheuert wohnen jetzt weiß ich wie das langsam geht ist nicht gesehen oder es war ihm schlichtweg die gas oder im betleister schlichtweg egal ja flucht k ich muss jetzt auch irgendwer an den typen vorbei interessiert ihn anscheinend über k k k k k k Hä? Ich würde gerne trotzdem gerne... bevor ich jetzt da wirklich... Ja, nee, bevor ich da runtergehe, würde ich doch gerne... wo ist die Fakten? Ich hab nur keine Ahnung, wie ich da wirklich reinkommen soll. Hm? Takt für die Gericht. Ich glaube, ich sah etwas da oben. Entstanden! Was? Was würde hier jemand runterkommen? Na klar. Oh, den fackt habe ich mitgenommen. Was? Was hat mir jetzt nicht da jetzt noch einen zweiten Weg gegeben? Alter, scheiße. Okay. Aber ich bin fast tot. Sollte vielleicht... ...einen Lebenstag nehmen. Okay. Hier gibt es eh einen. Hier gibt es auch noch eine Münze. Ein... ...Folter-Berkzeug. Ah ja, es gibt hier anscheinend sowieso keinen anderen Ausweg. Time for change of guard. He's taking his time. Alter, da wäre ja noch ein zweiter Eingang gewesen. Was für ein Schwachsinn. Was? Was denn? Kommt der da? Nein. Okay, ich kann aber auch nicht mehr hier hoch. Also, das war gar nicht mehr. Okay. Ich glaube, es war gar nicht mehr. Es war gar nicht mehr. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Putz nur weiter, man. Ich komme. Was ist das? Was ist das? Ist. Komm. Boah, es war knapp. Gut. Was heißt da knapp? Ich glaube ich. Ah, hier wir sind. Die Mark, die mit einem Ammer getroffen. Invisibel für jemanden, der das Ammer nicht getroffen hat. Alles, was ich tun muss, ist, den Weg zu folgen. Boah, ey. Mistig. Ich hoffe. Neh mich mit. Ah, okay. Das ist das Sack. Nur, dass er anscheinend im Versteck ist. Sehr schön. Hier ist die Prybar. Sie sind ein bisschen groß für eine Kilo für eine Schlafzimmer. Was? Oskan sprach mit mir über seine Liste von Schlafpläten, die hier irgendwo sein müssen. Ich nehme es und gehe raus. Ich habe keine Desee, um sich herumzuhalten. Okay, mit Golders in der Ada kannst du dich für eine begrenzte Zeit um sichtbar machen, um den Berg den Gegend vorbeizukommen. Du kannst dich so leichter aus dem Staub machen, wenn du entdeckt wurdest. Ja, bist du nicht entdeckt worden, aber... Ich muss stoppen. Das ist mein Name. Ich muss stoppen. Alter. Ich hasse es. Gut, schnell laden war vielleicht nicht so intelligent. Ach doch. Geh weg hier. So, auf zum Versteck. Das ist aber nicht der Brunnen, oder? Nee, das ist nicht der. Das ist irgendwas hinter dem Brunnen. Ich weiß nur nicht ganz genau, wie ich da jetzt hinkommen soll, aber... was sonst. Nein, hier ist niemand. Ist jemand da? Alter. Alter. Teilweise schon recht schlecht bin ich da. In der Hinsicht. Okay. Schön langsam und vorsichtig. Hm. Da sehe ich keiner, ne? Nee. Au. Ich lege ihn mal hier hin. Ich lege ihn zumindest mal keiner. Sieht hier gut aus. Wo komm ich denn jetzt hin? Hier komm ich nicht rein, aber hier kann ich die Typen mal reinlegen. Das ist zumindest mal eine kleine Möglichkeit, ihn zu verstecken. Ich gehe jetzt dann ganz empfiehlt hier weiter. Ihr werdet auf jeden Fall auch mitbekommen, dass ich die Fähigkeit nicht zu viel benutzen werde. Ich glaube nicht. Oh, das ist gleich noch weit. Ein Shit. Was ist hier los? Ach so, Wurfmesser. Na ja, gut, die brauche ich nicht. Boah, hier ist ja nur Wachen. Hier komme ich aber nicht, ne? Nee. Jetzt. Okay, hier kann man liegen lassen. Ich glaube nicht, dass hier zu schnell wer kommt, der ihm hilft. Wenn ich nicht alles über den Haufen rennen, na. Somit. Gut, der hätte ihn eigentlich sehen müssen. Okay. Okay, mit Ihnen komme ich vorbei. Ich muss nur kurz warten, bis der eine Bodenschütze sich verpisst. Dann komme ich vorbei. Äh, und weg bin ich. Einfach verspunnen. Hier in dem Gitter. Das sieht mich ja sowieso keiner. Yay, so, Mission abgeschlossen. Da hat sich Fertigkeitspunkte, finde ich sehr cool. Statistiken, bla bla bla, Zeitnahme ausgelöst. Okay, Mission abgeschlossen. Ja, das Artefakt hat mich auch mitgenommen, sehr schön. Embleme, ja, wir haben natürlich nichts bekommen. Also, wir haben nicht alle mit uns gesammelt. Wir haben die Mission nicht in 18 Minuten abgeschlossen. Äh, wir haben Gegner getötet. Mussten wir auch eigentlich. Und ja, man hat natürlich auch keinen Alarm. Also, wir haben auch natürlich einen Alarm ausgelöst. Was erwartet, die von mir, ne. Also, ich löse nur Alarm aus. Das Versteck, sehr schön. Ich will auch da schon mal weiter. Ich liebe, dass du rüber. Bei einem Leisenkirchen, ja, bla bla bla. Wie lange hast du in dem Atrium geholfen? Ich habe lange zu antworten. Lange bevor ich hierher komme. Es gibt mir eine Höhung. Also, du bist nicht da neben der Welttree, mit den Elfen? Es ist nicht da, dass sie dich gemacht haben? Nein. Ich war nicht da, in der Amber Lake. Auf der anderen Seite, du kannst sagen, dass es da, dass ich da, dass ich stirbt. Sort of. Es geht ein langemhörig. At der Zeit... Uff! Don't waste our time, dog! Ich denke, in der Cesspit, wo du kommst von, diese Celle könnte passen für eine Elegant Lounge gehen. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the Embassy of Akhanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison, and you're going to tell me, without any nonsense, how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then the Executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The Architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity, Querberus mysteriously disappeared once his work was finished. Isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberus did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akinash Library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, Hey, Rakash. You're going to move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the atrium. Sticks, welcome home. I'm upstairs if you need anything. Okay. Ich habe dir gerade vorher dann drank gestohlen. Also von dem her, ne, eigentlich nicht. Aber wie kam der herunter? Der muss nicht doch so'n, du, stings durch. Aber ja, was soll's. So, ich habe es vielleicht schon gemerkt. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden zum Schluss, weil nämlich... Ähm, erstens, ich wusste nicht so viel zu sagen. Und zweitens, das ist das Ende der Aufnahme. Ich beende jetzt die Aufnahme, ich schätze mehr, wir werden gute drei Folgen zusammenbekommen jetzt durch diese Aufnahme. Auf jeden Fall, da will ich jetzt nicht zu viel drum herumreden. Ich hoffe, ich hatte mal der Anspieltermin jetzt ein bisschen gefallen. Also, lass gerne anspielen hier. War ja, nur ganz anspielen, war ja Tutorial eigentlich nur. Boah, der sollte sich unbedingt eine neue Klinge besorgen. Naja. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden, wie man levelt, wie man, ähm, ja, wie man sich noch mehr zurechtfindet. Ich werde euch noch zeigen, wie man öfter sterben kann, wenn man irgendwas nicht macht. Und ja, also ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, baba. Tschüss, baba.